Musik Was treibst du hier? Ich schuft mich zu Tode mit der Spitzhacke hier. Wenn ich meinen Destillierkolben hätte, wäre alles einfacher. Ich würde ein Destillat herstellen und wusch, der Eingang zur Mine wäre frei. Wo ist dein Destillierkolben? In dem alten Stollen, in dem ich lebe. Da traue ich mich aber gerade nicht rein. Sind nämlich wilde Bestien drinnen in meinem Stollen. Ho, ho, da frage ich mich, würdest du dich trauen? Ich besorge dir deinen Destillierkolben. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dann kann ich die Spitzhacke ja weglegen und warten, bis du wieder da bist. Wo finde ich deinen Stollen? Du musst wieder raus aus der Mine und dann dem Weg nach Süden folgen. Kannst meinen Stollen nicht verfehlen, wenn du dem Weg folgst. Da stinkt's nämlich nach Goblins. Die haben sich in meinem Stollen breit gemacht, als ich hier am Schuften war. Mit meiner Spitzhacke. Ja, das haben sie, die frechen Viecher. Und seither muss ich hier schlafen. Willst reden, hä? Ja, das ist nicht so, dass ich hier schlafen bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich mache gerade eine Pause. Ich will jetzt mal allein sein. Ich habe gerade eine Pause. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.